roten 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 du musst mir aber unbedingt wenn du dann nachher mein lecker lecker schwecke essen zu bereit ist die erdbeeren noch mitzumachen ja natürlich oh sie ist da da war es aber schnell hast du die hände gewaschen und stolz hätte ich mir essen oh gott war sie gar nicht konnten wir essen stimmt ich weiß ja ich weiß nicht ob meine katze essen kann oder nicht unsere aber ausrufe zeichen da kannst du machen in stürzungen gut katholik hat mir das nicht schon mal das hier nicht da war zumindest kein zeichen dran also alle maps die wir bisher hatten dass er jetzt dieses neue system gibt haben dann so ein grünes zeichen wenn man sie hat wenn man wenn man hatte und da hier kein grund zeichen dran war gehe ich von aus wir hatten sie noch nicht ich bin der erste alle erste ab so wie alle die kommen wir hatten wir schon mal ja würde ich auch sagen ich habe das einfach ausgewählt weil er kein gutes zeichen dran war ja vielleicht hat es wurde das das weil wir sich vorher hatten und deswegen weiß ich doch nicht also ich bin nur nach der reihe ist doch gut wir hatten sie ist doch gut ich habe ein problem ja ich bin hier natürlich wieder durch das klassische indraht indraht genau was ein ding ja der war geil trockner ich war es nicht das war ich sorry du bumser geschafft ich bin neben denen es gibt es doch hier nicht doch da ist eine flagge vor ich sehe das noch nicht da ist eine flagge vor so huu bin ich letztes nein jawohl baby wie schön willst du so wie ich solche maps hasse ah nein 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 schlag ich bin hinter dir und hier runter geht es ja du musst da runter direkt da wo du gelegen hast und jetzt müssen wir hier lang und wohin müssen wir jetzt ah da müssen wir oder in den ne in den Eimer in den whatever in das Gefäß in das Gefäß genau bin drin ähm ja ich habe ein Problem du liegst jetzt ja setz dich zurück das hatten wir schon mal ne Mille mach es gut yo Mille hat Mille die Abkürzung genommen ne da oben kannst du rein da sag ich doch abkürtlich bin ich auch reingegangen quasi zwei Löcher konnte man machen äh okay das sieht interessant aus aber da sollten wir glaube ich nicht lang nope okay wir müssen hier lang nein Junge auch drinnen ah das ist so ah ich sehe schon das ist das sein steht da einfach auf den Schild ich habe noch nicht mal ein Schild gesehen egal ist nicht wichtig da war ein Schild ja okay wohin müssen äh ah ich verstehe nein das war zu kurz kann ich auch attention to slippery eyes da muss man darf man da gar nicht lernen oh wohin müssen wir jetzt ich freue mich niemals rein geschafft hallo ja ich bin ich brauche da noch ja jetzt jetzt habe ich es auch mal geschafft alle in einer Reihe ah ok wir sind halt gut erzogen wir stellen uns an ja also das Problem ist ich kann nicht schlagen so lange das nichts macht ah schnell weg da was sollte das denn also man muss in den richtigen ich sehe schon der ganz links oder äh das ist aber der Fall jetzt schon ja ganz links halt müssen wir rein boah id 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 Frau lp Frau lp hör auf damit idaria 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 lip idaria lip hör auf damit what ok das ist die blödeste verdeutung die ich je gehört habe ok das ist oder idaria lp ich finde sie gar nicht so holen tu blöd ist der der blödes tut also du ein kommentar ist aber seltsam so der trockner kommt jetzt auch rein ja ah da ist meine bessere Hälfte your significant error wie die Amerikaner sagen würden ah das ist der ich erinnere mich ah ja das ist witzig hust hust nicht wirklich ah na 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 bleib 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 ah hole in tree hätte ich nicht gedacht jetzt ok von mir ist wieso ist er jetzt auf einmal ganz hinten wieder mich würde mal interessieren was Froschester sagt hast du halt dass ich wieder er hat sich gemütet ich verstehst du leider nicht ich habe mich gemütet sorry habe ich gar nicht gemerkt natürlich hast du das gemerkt ne habe ich wirklich nicht ich habe eben noch gesagt alter trockner wo fliegst du hin ach so du bist einmal von der map runtergeflogen weißt gar nicht warum ich gemütet wäre war sauer war sauer war sauer deswegen hast du dich ok ich verstehe deswegen hat er seine schläge verbraucht hätte ich auch oh ja ah ich verstehe nein oh sollte man da hinten nein warte mal hä nein ja ja josh I did it I'm here also nicht mal wo man hinten soll direkt vor dir eigentlich also direkt da wo du gelegen hast direkt davor aber du musst da irgendwie einfach so 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 irgendwie ich bin auch drinnen ich bin auch drinnen okay da nicht denn das soll man tatsächlich ich dachte das wäre falsch ne da du musst da du musst den Looping Riden my friendo ja genau so musst du ihn Riden ein Grafikpack ah hier doch immer noch und geschafft oh ah das wird witzig Upsi sorry ich lass die Noobs erstmal machen du bist doch selber einer joa ja ihr geschafft gamey ich bin irgendwo anders wo ich wahrscheinlich nicht hin sollte oh wie funktioniert das hier nope so schon mal nicht ah okay dann meinen wir nicht ah komm schon ja bin ich oh komm schon uiuiui einmal dran vorbei ah geschafft so nein okay ist schon wieder so eins dieser Löcher ich hasse es ja das Ding ist tatsächlich scheiße ach geschafft so alles roger was machen die Kinder ich habe keine ah hattest du letztens noch welche so ich habe eine Katze geil ne Muschi ne Kater um genau zu sein ist doch sowas wie ein Kind ja ich habe auch mal Furbaby gehört als okay Bezeichnung für die eigene Katze Furbaby also also baby komm schon ich bin im Wasser aber das ist gemein ich sehe schon das Problem ja ich auch oh ne ja ich sehe das Secret aber ich war ja ich sehe sie nein oder oh es ist bloß extrem bei dem Bein ist es nervig äh ja weißt du weißt jo versuchen wir es oder auch nicht oh komm schon jo schön hallo Wasser jetzt wir was so hier hallo gemütlich jetzt schön geschafft oh jo ja stengel nach elf versuchen nach sieben nach acht ah ne sechs habe ich gebraucht oh okay das wird interessant das hast du nicht geschafft doch wie mein Trotz das ist nur das war dick wie kann ich mal werden ich dachte einfach nur so okay ich versuch's mal das war wirklich eh nicht und genau da gelandet ey igel ich hatte albatross so ich bin jetzt auch gleich drinnen einmal albatross warum o2 was was ist ein o2 oh scheiße oh nein ah die geschichte war das das kenn ich doch noch vom letzten mal don't hit the portals und why should you okay das lief nicht gut das lief eher so semi nein hi hi let me jetzt ja holi 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 Ich hab früher verstanden, als ich das Wort holy noch nicht kannte, dachte ich, sie sagt holy. Und ich dachte mir so, what? I'm holy, holy, holy shit. So holy, holy, holy shit tonight. Egal, so. Jetzt renne ich auch mal aus den Strokes. Okay. 14. Loch. Und das ist das. Ich erinnere mich. Voll rüber weg, ey. Danke. Don't slip too far. Oh, scheiße. Ah, ich seh schon. Das solltet jetzt, was? Man darf nicht zu weit. Ah, man darf. Okay, das ist interessant. Danke. Moi. Nein, ja. Oh, das war so scheiße. Dome Idee. Igel. Ja, mich rausgehauen, ey. Ich? Dich? Ja. Aber bei mir so schimpfen, ey. Ich hab noch nicht mehr gesehen, dass du ihn erleben wirst. Also, ich wurde von... Double Boogie. Brockler wurde ich, äh, weggeschubst. Ich hab nicht gesehen, dass ich dich berührt habe. Und Miele ist drinne. So, 15. Loch, meine Damen und Herren. Oh, das ist das Loch. Ah. Diesmal ging's sogar. Hole in one. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, 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 nein. Ist doch nicht mal, wo man hin muss. Man muss in... Das Ding, was sich da auf und zu macht. Man muss in Le Castle. Oh nein. Oder in die Fortress oder was. Oder hinter die Kanone. Ach, da ist auch was. Mhm. Aber ich bin schon draußen, also. Obja, Roof Sheep. Äh, Sheep Roof. Ich finde die Klofrau, ey, ehrlich. Ich glaube, man kann auch nach hinten gehen. Hinter dir ist, glaube ich, was. Da ist so ein... Portal. Dingensgelöte Portal. Ich geh da jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Oder so. Oder so. 16. Loch. Strong Man Game. Hit hard. Oh nein. Na, das wird witzig. Aber ich hab ja zum Glück ein kleines Heilmittel, was das angeht. Was? Na, warte. Ich bin ich. Wo muss ich hin? Was hab ich getan? Ah. Fragen uns doch nicht alle. Igel. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht weshalb, aber Igel. Ich bin irgendwo gelandet und ich hab keine Ahnung wo. Komm dich. Ah. Ah, komm schon. Ah, okay. Wohin komm ich jetzt? Ah, ich komm hier hin. Ah, da, da. Nee. Oh, gemein. Doch, Lack, doch, Lack, doch, Lack, doch. Hey, ich bin nicht schlecht. Ich bin bloß stark gebaut. Nee, was ist das? Das sagt man nur, wenn man übergewichtig ist. So wie ich. Was, bist du doch gar nicht. Äh, lass das Reset Penalty ausmachen. Ich halte mich da raus. Kann ich auslassen, ja. Wat find? Äh, dass ich Reset Penalty ausmachen soll. Muss ich gleich mal gucken. Was da denn? Äh. Was man, wenn man sich zurücksetzt, keine Schläge verbraucht. Ähm. Ach so, das ist doch gut. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann ist das doch super. Komm schon. Ach, geschafft. Das, äh, da, ich gebe ihn. Langsam zu Porteln, na, zu hart, doch. Weil ich muss. Ähm, bei F bekommt man Startschläge. Ja, ich hab's geschafft. Bei F meinst du? Okay, aber er bleibt ja dann an, oder was? Ah, ich bin ja dran. Ich hab gar nicht gemerkt, dass wir schon im nächsten Loch sind. Ja, reicht jetzt? Jo. Oh, genau, du musst jetzt, äh, nicht zu hart schlagen, aber... Hm. Ja. Wollen wir rein? Und nicht zu weich. Hm. Macht aber Spaß. Jetzt? Okay, aber doch nicht. Oh. Ich bin irgendwie wieder draußen. Äh, nee, ich verstehe den Sinn nicht. Äh, nee, du musst, du musst auch in den Turm. Ja. Wie? Plakat, aber nicht zu hart. Solange bist du bei Baumbart. Ich hab grad Baumbart kennengelernt. Hm, ich lerne grad Schneegelernt kennengelernt. Wer war noch bei Baumbart? Was? Den Namen sagt er grad. Ach so, ich weiß doch, das war dieser, äh, Ents, oder was so. Jo. Ja, auch mal. Er hat jetzt auch so ein Lied, oder so eine kleine Geschichte, über seine Leute, und dass sie die Ents Frauen suchen. Ja. Damit sie endlich glücklich sind. Hm, endlich. Scheiße, ich bin ich. Weißt du, 1000 Baumstämme und ich fall daneben. Hä? Und, äh, sie mochten Gimli nicht, weil der eine Axt hat. Jo. Ja. Hä? Weil Axte sind böse. Ja, ja, nee. Hä, wegen hier, hä. Okay, jetzt bin ich hier gelandet. Das ist eine sehr blöde Sichtweise der Dinge. Wo muss man hin? Ah! Die großen Fragen des Lebens. Wo muss man hin? Warum sind wir hier? Blablabla. Nein! Ja! Wohin muss ich hin? Das ist so eine Frage, die ich mich stelle. Ich frag mich, wo ich da gerade herkam. Okay, Leute, das ist offiziell. Ich war mal besser als frisches. Was? Jo. Ich war besser als frisches. Ich hab einen weißen Zylinder bekommen. Ja, stimmt. Jetzt hab ich auch nicht. Ich hab eine Norwegenflagge bekommen. Oh, Westewegen und Norderwegen. Westewegen. Okay. Norwegen und West dafür. So. Letztes Loch, ne? Letztes, ja. Schreude. Letztes Glitzschreude. Jetzt schalte ich das einmal aus. Das andere liegen da. Soweit das, wer dich geladen hat. Hm? Ja, ich schalte Reset Penalty aus. So, mal sehen, wo du uns diesmal hin, äh, verschlagst. Ey. Ich bin breit. Jo. Ich muss auch da. So. Generating Custom Textures. Textures? Textures. Textures. Er klackert. Da ist der Junge. Was? Ja. Du? Ja, du bist halt immer wiederholpfusches. Was? Was du ihm gesagt hast. Da ist der Junge. Ah. Das dauert ja noch ein bisschen bei den Mädels. ich bin noch fertig bei mir lebt doch gar nichts mehr bei mir liegt noch das sehen wir was hat er jetzt gemacht so wer ist nur gerade dass du das ich habe das angeschaltet dass es nicht stattfindet eine eigene karte ich habe ich habe angeschaltet dass es ausgeschaltet wird das sieht dann halt dschungel map aus wüste würde ich ja sagen oder ja wüste mit ich würde sagen das ist eine map von golfit sieh zumindest danach aus ne es ist eine custom map okay think of evil and evil which the loser has to do after the match youtubers need video proof das steht hier auf den schild am anfang das steht da auf dem schild am anfang ja oh wie geil danke trockener danke hammergeil alle holen one ich hätte es eigentlich nicht geschafft ich wurde gebumst von trockener und dann hat es geklappt nein ich bin verhungert holen one im übrigen das ist die paradiso mini golf desert also ist doch eine wüsten app nee das ist eine des hermer ein bisschen oder nicht hoch es wird mit zwei s geschieb eine nachtisch map lecker ich habe richtig hunger ne freut mich mal uh äh frisches dessert wird mit zwei s geschrieben Bist du Nazi-Doppel-S? Also wirklich. Racist. Nicht alles, was mit Doppel-S zu tun hat, ist Nazi. Doch, 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 doch. Nein, nein. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Ich habe nur frisch... Alter, das sah ja aus. Sorry. Oh nein, wo bin ich denn gelandet? Ganz langsam. Na, was bist du denn für ein pinker Flower-Ball? Boah, ist das ekelhaft, ey. Alter, ich kann dir nicht mehr herzen, den Vorschuss. Ich dachte, ich mache einen diversen. Oh Mann. Boah. Inwiefern ist pink divers? Boah, sieh, boah, leg mich doch mal am Arsch. Obacht, die Steine, die da sind, die kommen immer mal wieder raus. Ja, ich sehe es. Nein. Hab's geschafft. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Hab's aber rüber geschafft. Oh boy. Oh nee. Schnee, schnee. Oh. Oh, schnell. Auf mein Ohr. Blöde Steine. Da ist ein Stein auf meinen Herzen. Apropos Herzen, ich habe noch Schokoprolin. Mach mir nicht neilisch. Was denn? Ich hätte jetzt auch Schokolade gerne, aber ich habe gestern keine gekauft. Ich habe auch keine gekauft. Der hat mir meine bessere Hälfte besorgt. Ich weiß. Okay, das war jetzt gemein. Ja. Da kann man scheinbar nur einmal rein. Ups. I did it again. Da, 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 da. Keine Lady Gaga. Oder Madonna. Oder ich weiß gar nicht, wer hat das geschrieben? Wird das halt in den Ego ist. Wird mir ist Pierce. Okay, keine. Nein. Oder? Ich weiß es nicht. Okay, wenn du das nochmal machst, dann würde ich sagen, hit me baby one more time. Hit me baby one more time. Then I will hit you baby one more time. Das hört sich so an, als ob ich dein Baby getrunken würde wollen. Oh, lass mich weg hier. So, geschafft. Ich sehe das. Ivy, Haria, was machst du denn da? Da sehe ich das Loch. Genau da. Genau da. Bringen an. Ich bumse nicht. Das sehe ich ja jetzt erst. Es springen jetzt an, glaube ich, oder? Ja. Ja, ist es. Springen es an. Soweit ich weiß. Ich springe es eigentlich immer an. Bei uns. Manchmal braucht man genügend Schwung. Man kann nicht gleich springen. Ja. Boink. Ui, wir sind unten. Wohin müssen wir? Ich bin nach da hin. Ja, ich. Oh, da ist gar kein Loch. Das ist eine Wand. Oder doch nicht. Mein Fehler. Oh nein, ist das gemein. Oh, nee. Das geht in die Uhr. Hole in Birdie. Hole in Birdie? Hole in Birdie. Ich habe ein Hole in ein Birdie geschossen. Ich bin ein Birdjäger. Nein, 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 nein. Der geht doch komplett daneben. Nein, 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 nein. Das ist wie dieses eine. Ja, ja, nein, ja, nein. Das hört sich gerade an wie so dieser Kommentator bei Fußballspielen. Ja, so ein bisschen. Ja, nein, ja, nein. Ist es drin? Ja, nein. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja. Oh, es ist Ja. Oh nein, der Schiri sagt Nein. Oh. Schiri sagt Nein. Ja, Scheren sagt nein. Ja, komm schon. Diggi! Diggi? Diggi. Ja. Frisches. Schenk sie auf, dass ich das Wort digger nicht mehr sagen kann. Frisches, komm schon! Okay, das wird nichts. Oder? Nein. Habe ich noch Zeit, Dior? Ja. Ja, du hast gelieb Zeit. Eine Minute für 30. 28. Du hast noch eine halbe Minute. Ja! Nein! Das Ding ist aber scheiße. Ja. Ist halt wie dieses Rummelspiel. Da gibt es ein Rummelspiel von? Ja, also es gibt, das wird ganz gerne benutzt bei... Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! In Arcades und so weiter. Na gut, Rummelspiel vielleicht nicht, aber... In Arcades in Amerika gibt es so ein ähnliches Spiel. Oh, da ist ein Ritter im Hintergrund. Uiiiiiiii! Mir wird schlecht. Oh! Ja! Ux! Wo kann ich mich übergeben? Mhm. Kann nicht... Wie kommt man da rüber? Außer mal springen, logischerweise. Mal springen! Also man soll so besprechen. Ne, kann es hinten auch über... Echt? Ja, der Porter dann rüber, glaube ich. Achso. Was? Ein Porter? Porter des Falica. Das ist wie für so ein Aufzug, glaube ich. So, jetzt try this. Aufzüge in Golfitz sind nie was Gutes. Da fall ich immer runter. Ja. Ja. Grundsätzlich. Ich sag nur das eine Ding auf der Herr der Ringe Web. Ja. Das tue ich noch an... Wobei die Herr der Ringe Web war eigentlich das Schlimmste war... Reden wir gerade von, wo man die... Mit den Orxen. Ja, mit den ganzen Orxen. Ah, siehst du? Wird rübergeportet. Mhm. Ich meine, da reden wir gerade von, wo man die Leiter hochgeht. Das war nervig. Ja, das auch. Ah, ja, genau. Das auch. Oder wo man die Orxe abschießen muss. Und das mit den Orxen abschießen? Das war cool. Nein! Nein! Das war schon ne coole Idee. So. Warum, warum gehst du zurück? Oh Gott! Warum hat Trötenbrass jetzt gemacht? Sauer! Okay. Bitte? Ich sag mal so, es ist nicht mein, äh... Score, der dadurch verdödelt wird. Ähäää. Wie geschaut? Uiiii. Nein! Nein, 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 nein. Oh nein Oh nein Ah, ich hab mich damals abgebrochen Ich weiß warum Ich auch Sorry Ja Ach komm schon Das ist aber ein ganz kleines Ding Ein ganz, ganz kleines Ding Dieser Ball geht gar nicht frisch aus Oh nein, sorry Frisch aus, der Ball geht gar nicht Ich geh zuerst, okay? Der geht überhaupt nicht Heute Du als jetzt du Der geht überhaupt nicht, dieser Ball Ich find den sexy Sexy Wirst du alles für ihn tun? Nein, aber es gibt keine Alles für ihn tun Ja, skip kann man jetzt nicht Nein, weil das war Would you anything for love? Oh geil Okay, vergiss das Die Map, äh, ja Wir haben Gleichstand Daria Oh, stimmt Yep, one lot of strokes Ich dachte, ich wäre so weit Wäre weiter unten Uh, was ist das? Oh nein Ja, weiß ich noch Oh Gott Ja, ich auch Ja, ich auch Ui Ich hab's geschafft Ja Ja Sorry Falls ich das weiß Ich bin mir nicht sicher Ich weiß es nicht Ich hab's nicht gesehen Hey Was würde das, äh, ich, äh, weggeflogen bin Oh nein Oh nein, zu Ich bin darüber gesprungen Oh boy Okay, das wird nichts Okay Und zu viel Es wird nichts, es wird nichts, es wird nichts Hm Knapp Ah, wieso? Ist das immer zu wenig oder zu Ja, egal Nein Ah, ich bin Ah Na, Daria Ja So, ich wollte nur Wollte, dass ich nicht dich hier einstoßen Aus Versehen Komm schon Oh, ich hab's geschafft Ja, wollte ich gerade sagen Du hast es auch geschafft Ja, ich dachte Ich hätt's nicht geschafft Deswegen Ah Ich hab schon einen Trockner You can do it You can do it You can do it You can do it Ein cooles Luftschiff da oben Ja, hab ich auch schon gedacht Erinnere mich gerade ein bisschen an die Der war ein Luftschiff Im wahrsten des Wortes Ein Luftschiff Oh, das ist, äh Ich seh schon, was das ist Bin in der Hölle gelandet In der Hölle oder in der Höhle? Großartig Hölle Hölle, 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 Hölle Okay, da bin ich drüber weg Das ist Wahnsinn Oh nein Warum steckst du mich in die Höhle? In die Höhle? Höhle, Hölle, Hölle, Hölle Nein, ich bin rausgesprungen Nein Und ich hab's geschafft Ich bin oben Ja, das hab ich mir eben auch gedacht Ja, Kopfschmerzen Oh, Motivverfall Ich bin drin Das war ja einfach Na komm schon Wieso? Warum ist da ein Pinöppel Pinöppel? Ja Boris Becker Jo, richtig Das ist aber ein miesiges Eisding Boris Becker Unser alter Riesenkammerfreund Ich bin heute mal nicht letzter geworden Ich bin zufrieden Mit meiner Leistung für heute Wohin kommen wir da durch? Achso, das ist ein Katapult Interessant Ey, das war ja gemein D-A-F-S-G Wird? Wird? Ja, steht das nur im Chat Ja, ich seh's Oh, ne GK, ja Was bedeutet das? What does it mean? So So Upsi Das ist aber eigentlich nur Sehr experimentelle Map Sag ich jetzt mal so Jo, da ist er Da ist er drüber geflogen Meine Damen und Herren Totner Familie Zwei Schläge hast du das gemacht? Ja Man muss ja Glück haben Man konnte rüberspringen Dann wird das ja schon wieder Kopf an Kopf rennen hier mit uns Echt? Heute ohne Kaya Wie gesagt, mir egal Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe Du gewinnt das Ding eh Was? Er gewinnt das Ding eh Achso, der Die Durch Hä? Wie bin ich denn da durchgefallen? Wir kommen im Club Egal Jetzt bin ich wieder drüben Klar Frisches Wetter nicht raus Und geschafft Hä? Ja, ich auch Hä? Ja, das ist halt Leute, das ist durchsichtig Das extra so gemacht Das ist nicht durchsichtig Wenn das durchsichtig wäre Würde man es nicht sehen Ja, durchlässig Wie auch immer Das ist durchlässig Scheiße Du müsst auf das Holz So punkten Was für ein Kreuz? Holz, ich habe nicht Kreuz gesagt Achso Ich bin auch so langsam rum Keep rolling, 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 rolling Nee, nee Ganz langsam Ganz, ganz langsam Ist denn hier ein Kreuz? Ja Holz Holz hatte er ja gesagt Nicht Kreuz Ich habe aber Kreuz verstanden Ich habe auch Kreuz verstanden Ich meine, ich bin zwar Uh, das wurde aber eng Du musst auf das Kreuz raus Würde sich sehr seltsam anhören Wenn man davon ausgeht, dass ich immer zurück der Christ bin So, du musst auf das Kreuz So, was? Was? Das war mega gemein Ich war doch oben Ich war doch oben Ey, ich habe Ich war in so einem verfickten Scheißrohr da Ah Sind wir ab 18? Ja Darf man das? Nein Da hat er einen rausgehüpft, ey Ging mir gerade auch so So Ei, ei, ei Nur noch fünf Löcher nach denen hier Lol What the Schnitzel are you doing? Ey What in the Schnitzel? Also diese Map-Wapel fertig Fabri Nicht du Die Map Du bist Erste Ja, das ist sie Ja, aber Und sagt noch sie fertig, ey Weißt du Du warst noch die ganze Zeit Erster Ja, siehste Da kann ich schon nicht mehr Siehste So, Digi, wenn er Äh, frisch ist Du vermisst Digi halt Das wissen wir doch Ja Ja, schon liegt es daran Und du guckst Schöne Ritterstatue Ich glaube, das ist Ist das Herr der Ring Äh, World of Warcraft Äh, keine Ahnung Also die Statue Ich habe noch keine gesehen gerade Bin hier gerade noch ein bisschen Da ist sie doch Da Neben dir Links Na ja Wem würde ich das nicht unbedingt sagen Na gut Dann ist es wohl mein Fehler Ich glaube, das ist einfach nur irgendeine Irgendein Ritter Wie ihr beide einfach wartet Bis, dass sich jemand reinballert Ich wollte ihn nicht reinballern Und er wollte mich nicht reinballern Paule Säcki, ihr beiden Nö Ja, mich hätte man ja nicht reinschießen können Wobei ich ihn auch nicht Ich hätte ihn nur zur Seite schießen können Da hätte man eigentlich reinschießen können Wo ich da war Nö Ich hatte nur Angst Dass wir gleichzeitig schlagen Und uns rauskicken Das war der Grund Weswegen ich gewartet habe Aus purer Höflichkeit Igel Abatros Ich bin noch nicht drin Kann ich noch nicht sagen Nicht? Ich dachte, du kannst hell sehen Nein Nicht? Du verwechselst das Du verwechselst gerade was Irgendwann waren wir aber noch nie alle beisammen, glaube ich Sometimes it's good to look back Was? Ne, ich glaube auch nicht Was? Ah, war jetzt nicht Man muss nach Ah, ich verstehe schon Jetzt müssen wir die andere Richtung Das ist gemein Nein What? Okay, das ist Ach, nö Kann man hier Oh Fly, fly away Oh So, jetzt aber Das ist gemein Ja Schön, wenn man immer wieder rausfliegt Hier war das Jetzt Endlich Ach, geschafft Roll, 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 roll Gib rollen, rollen Ah, nicht zu weit Also wir müssen da hinten hin Leck mich Leck mich aber auf Alles Alles fake hier Die Löcher sind fake Alles ist fake Die Brüste sind fake Äh, die sind echt Äh, hier sind keine Brüste Und ich hoffe auch nicht, dass jemals es dazu kommt, dass man seinen Ball Brüste geben kann Das wäre Wäre lustig Wäre lustig Ich weiß nicht, ob ich sagen würde lustig, aber es wäre auf jeden Fall seltsam Das wäre lustig Ey, da ist aus dem Kopf an Kopf rennen Oh nein Oh, das wird Ah, okay, zu weit Oh nein Das wird wieder bissig Hey, aber hey, trocknen halt einen Oh, ich hab's auch Hole in one Nein Alle hole in one? Ich ja Ich und Schrockner Boah, hole in two Ja, auch schon Wie sie es bei sich erst mal umdreht Hm? Also ja, wenn ich Der Ball hat sie eben erst mal nur im Kreis gedreht Bist du drin, Frisches? Jo, natürlich Ja, so natürlich ist das nicht So, jetzt auch drinne Und letzte, letztes Loch und danach machen wir was anderes Und nein, das Loch Was ist das Loch? Das frage ich mich auch gerade Ja, man muss Hm, na, okay, ja Ich sehe, glaube ich, das Problem Hopp Oder auch nicht Ich sehe nicht das Problem Nee Ich bin runtergefallen Ich weiß gar nicht, was man hier machen muss Ich glaube, man müsste es so machen, dass man da nach oben fliegt Aber das Ah, komm schon Komm schon Nein Und wie soll das gehen? Mit Magie? Saubertricks? Fantasie? Mit einer Mengefantasie Niemand baunt es halt ab Ah An den Wänden Ja logisch, klar Natürlich Natürlich tut man das Ah, ich weiß nicht, wo wir hin müssen Das ist schon mal gut Schöne Aussicht Ja Also das mit dem Abbauen Funktioniert nicht so ganz Boah Ah, doch eingeloggt So Nein, nein, nein Am wenigsten werde ich es weiter Hm Hm Ja Ich mach mich gut auf dem Keilstein Ah So was wäre gleich wichtiger lieber widget oder dead by daylight in dem fall wahrscheinlich ich bin bei beiden raus ja er mag beides nicht wobei widget kannst du ja sogar spiel aber mag er nicht das einzige was ich mitmachen würde dieses komische runterfall spiel da vollgeist vollgeist komm mach last place last place beenden ich werde gerade